Zehn Frühwarnzeichen von Herzschwäche, die sofortiges Handeln erfordern. Fühlen Sie sich nicht mehr so leistungsfähig wie früher? Müssen Sie häufiger durchschnaufen oder kommen Sie häufiger aus der Puste? Wenn ja, könnte es sich um eine unerkannte Herzschwäche handeln. Denn in Deutschland leben gerade circa drei bis vier Millionen Menschen mit Herzschwäche und viele wissen es noch gar nicht. Die meisten Menschen ordnen dann nämlich diese Symptome dem Älterwerden zu und tappen langfristig dann wirklich in eine böse, böse Falle. Eins ist völlig klar, da stimmt der logische Menschenverstand auch mit der Wissenschaft überein. Der beste Schutz vor Herzerkrankungen, Herzschwäche, Herzinfarkt und so weiter ist natürlich der gesunde Lebensstil. Aber viele Menschen tappen auch hier eine Falle, weil sie denken, dass sie ab und zu Salat essen, heißt es noch lang nicht zwangsläufig, dass sie einen gesunden, herzschützenden Lebensstil haben. Und in diesem Video erkläre ich Ihnen die Hauptsymptome von der Herzschwäche, wie Sie sie selber erkennen können und wir schauen einmal, was Sie tun können, damit Sie lange Zeit ein richtig schönes, starkes Herz haben. Und was ist eigentlich das Top-Frühwandzeichen, das Top-Symptom Nummer eins der Herzschwäche? Es ist die spürbare Leistungsminderung. Das heißt, man läuft nicht mehr so schnell, man kann mit seinen Freunden nicht mehr Schritt halten, wenn man zum Bus rennen muss. Man sagt, ich gehe nicht mehr Bergwandern, es ist mir zu anstrengend geworden. Man zieht den Lift, den Treppen vor und all diese Dinge. Also eine spürbare körperliche Anstrengung, eine Leistungseinschränkung, die Tätigkeiten, die gewohnten Tätigkeiten, die gehen langsamer von der Hand und das Umfeld sagt eventuell, naja, jetzt wird er älter oder sie wird älter, irgendwas passt jetzt nicht mehr so richtig. Und das Fatale ist, oder auch das Gute ist bei der Herzschwäche, je schneller wir was unternehmen, desto mehr Optionen haben wir, desto besser kann man das behandeln. Das ist so ähnlich wie beim Krebs und man darf es auf gar keinen Fall am Anfang unterschätzen. Und damit verbunden gleich das zweite Frühwarnzeichen oder dieser Symptomenkomplex und das ist die Kurzatmigkeit und die Atemnot. Das heißt, es hängt so mit der Leistungsminderung zusammen des Herzens, dass man eben beim Treppesteigen dann längere Zeit verschnaufen muss. Man braucht mehr Sauerstoff, ich erkläre Ihnen gleich warum. Man muss Pausen machen, man bekommt Schwierigkeiten beim Atmen. Am Anfang merkt man das besonders bei Anstrengungen, aber dann später auch im Liegen, also sowohl wenn das Herz Leistung liefern muss, als auch wenn es dann die Ruhearbeit macht. Und man verwechselt es häufig mit einer Lungenerkrankung, dass man denkt, ich habe eine chronische Bronchitis oder so irgendetwas. Aber es ist dann in Wirklichkeit tatsächlich das Herz, das sich auf diese Atemtätigkeit, auf diese Atemnot schlägt. Für die Herzschwäche gibt es mehrere eklatante Faktorenauslöser und die wollen wir hier mal in diesem kurzen Absatz des Videos besprechen. Einmal hätten wir zu nennen den Bluthochdruck und die koronare Herzerkrankung. Das sind also jeweils Gefäßerkrankungen, die dann dazu führen können, dass das Herz in seiner Gesamtheit dann zu schwach wird. Wir haben natürlich auch noch so eher exotischere Auslöser, wie beispielsweise genetische Erkrankungen, angeborene Herzfehler, so etwas, oder auch entzündliche Herzerkrankungen, Klappenfehler. All das kann natürlich auch mal zu der Herzschwäche führen. Aber es gibt noch zwei, drei wirklich, wirklich große Sachen, wo die Allgemeinbevölkerung ein Problem damit hat. Einmal ist es das Übergewicht. Also auch Übergewicht kann einfach zu einer Überlastung des Herzens führen, sodass sich daraus eine Herzschwäche entwickelt. Und das zweite große Problem ist der Diabetes. Auch die Diabeteserkrankung, die kann zur Herzschwäche führen. Was bedeutet Herzschwäche eigentlich? Herzschwäche bedeutet, dass eben das Herz nicht mehr so viel Blut in den Kreislauf auswerfen kann, wie normalerweise, vielleicht die Hälfte, 60%, 50% davon. Und das führt eben zu dieser Symptomatik. Und wir haben ein tödliches Trio. Das heißt, wenn also Übergewicht zu Bluthochdruck kommt und sich dann noch eine Zuckererkrankung, ein Diabetes dazugesellt, dann haben wir hier bei der Herzschwäche um ein vielfach erhöhtes Risiko. Das heißt, diese drei Faktoren, die müssen wir auf jeden Fall in Schach halten. Was ist wichtig noch zu wissen? Bei circa 70% der Menschen haben wir eben die Ursache koronare Herzerkrankung und oder Bluthochdruck. Also das ist der Hauptfaktor. Und wenn Sie sich denken, naja, Bluthochdruck, das ist kein großes Problem. Naja, in den letzten Jahren haben sich die Bluthochdruckpatienten verdoppelt. In den letzten 30 Jahren. Das heißt, wir sehen immer mehr Bluthochdruckpatienten. Wir haben natürlich auch noch ein Problem, dass wenn ein Patient mal einen Herzinfarkt hatte, das heißt, wenn am Herzen schon ein Teil des Gewebes abgestorben ist, kann sich daraus überhäufig eine Herzschwäche entwickeln. Und die gute Nachricht ist, Sie haben sehr, sehr viel in der Hand. Dazu kommen wir aber dann am Schluss des Videos. Bevor wir zu den weiteren Frühwarnzeichen kommen, müssen wir eine Sache verstehen. Sonst verstehen Sie die ganze Symptomatik nicht und stufen vielleicht Ihre Symptome falsch ein. Und das ist das Thema Bluthochdruck. Wie wird eigentlich dieses Blut weitergepumpt? Die meisten Leute kennen zwar ihre Blutdruckwerte, aber haben nie so richtig verstanden, was das eigentlich aussagt. Vor allem dieser erste und zweite Wert, das ist alles ein bisschen schwierig. Also anders als in unserer Vorstellung haben wir in Wirklichkeit zwei Herzen. Es schlagen wirklich zwei Herzen in unserer Brust, obwohl es organisch ein Organ ist. Aber wir haben ein rechtes Herz, einen rechten Abschnitt, eben mit dem rechten Vorhof und mit der rechten Kammer. Dazwischen kommt dann die Lunge und dann haben wir das linke Herz mit dem linken Vorhof und mit der linken Herzkammer. Das heißt, in das rechte Herz kommt das Blut aus dem Körper an. Der Sauerstoff wurde vom Blut entzogen. Das heißt, dieses Blut kommt mit einem niedrigeren Druck an, als es dann wieder rausgeschmissen wird in den Blutkreislauf. Deswegen ist es das Niederdrucksystem. Das Blut fließt also über die Venen zurück zum Herzen. Das heißt, Sie haben dort ein dunkleres Blut. Wenn das Blut rausgeht aus der Lunge, ist das Herz natürlich Sauerstoff aufgeladen, ist es hell. Wenn es zurückkommt, ist es fast blau, dunkelblau. Und dort wird es erstmal gesammelt. Dann wird das linke Herz aktiv und schiebt das Blut über den rechten und linken Lungenflügel dann weiter. Dort wird es wieder schön aufoxygeniert, wieder mit Sauerstoff versetzt und dann kommt es ins linke Herz. Und dort ist unser Hochdrucksystem. Das können Sie sich so vorstellen, wie wenn die Feuerwehr mit ganz, ganz hohem Druck aus dem Feuerwehrschlauch quasi dieses Blut wieder in den Kreislauf hinausspritzt. Und das ist dann der erste Blutdruckwert, der sogenannte systolische Blutdruckwert, ist quasi dieses Feuerwehrschlauch, Hochdruckspritzen. Und wenn das Herz dann wieder entspannt, dann kommt dieser zweite Blutdruckwert zustande, die sogenannte Diastole, der diastolische Blutdruckwert. Wie ein Schwamm saugt das Herz dann das Blut wieder auf und dann wird es wieder mit Druck ausgequetscht. Und das passiert einmal eben mit sehr hohem Druck im linken Herzen und dann mit einem niedrigeren Druck im rechten Herzen. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Und wenn es jetzt hier Störungen gibt im Ablauf, dann sprechen wir von der Herzschwäche, sprich dieses Vollsaugen und dieses Auspressen. Das geht nicht mehr hundertprozentig. Und jetzt ist eben bei der Herzschwäche total wichtig, dass man rausfindet, wo sich genau die Störung befindet. Weil das ist natürlich ein Unterschied in der Therapie, ob das nicht mehr so richtig funktioniert, weil die Klappen nicht mehr richtig schließen oder weil Diabetes oder Übergewicht die Ursache dafür ist. Das heißt, wir müssen hier unterscheiden zwischen einer Linksherzschwäche oder der diastolischen Herzschwäche. Hier hat das Herz keine Kraft mehr, das Blut in den Kreislauf so richtig rauszuschleudern. Wir könnten sagen, das ist ein Herzkraftproblem oder wir haben eine Rechtsherzschwäche, eine diastolische Herzschwäche. Und hier fehlt eher die Elastizität, dass das Herz das Blut wieder wie so ein Schwamm aufnimmt. Das ist dann eher ein Dehnungsproblem, könnten wir sagen, oder so ein Schwammproblem, ein Spannkraftproblem des Herzens. Und die Konsequenz ist immer, es fehlt Blut. Entweder das Blut fehlt im linken Herzen, dass es richtig rauspumpen kann. Oder das Blut wird quasi zwar gesammelt, aber nicht richtig weitertransportiert. Letzten Endes fehlt immer Blut im Kreislauf. Und dann, wir wissen alle, was Blut macht. Blut transportiert den Sauerstoff ins Gewebe. Und damit verbunden haben wir eben dann diese Symptome der Leistungseinschränkung, dass eben zu wenig Sauerstoff ans Gewebe herangeliefert wird. Und der Körper ist natürlich nicht blöd. Der versucht es zu kompensieren und macht Ihnen eins, er kann Ihnen den Herzschlag beschleunigen. Der sagt sich, okay, wenn ich jetzt halt pro Schlag nicht so viel Blut ausschleudern kann, dann mache ich halt das Herz schneller, damit das, was noch ausgeschleudert wird, eben schneller an den Endverbraucher kommt. So kann man sich das vorstellen. Und daraus kann sich eben hier so eine Unregelmäßigkeit des Herzschlages entwickeln. Herzklopfen beispielsweise. Oder die Menschen sagen dann, mein Herz poltert oder pocht oder irgendwie sowas. Also unregelmäßiger Herzschlag, schnellerer Herzschlag. Wir sprechen da von der Tachykatie. Und ein zweites passiert auch noch. Und das ist eigentlich eine Blickdiagnose für uns Ärzte. Das sind die sogenannten Edeme, also die Wasseransammlungen. Besonders natürlich bei der Herzschwäche in den Beinen, in den Knöcheln, auch in den Füßen. Und der Grund ist hier eine Art Rückstau. Denn wir haben nicht nur das Druckproblem im gesamten Organismus, sondern speziell auch an der Niere. Das heißt, das ist eine Reaktion der Niere. Wenn die Niere minder durchblutet ist, dann kann die Niere also hier das wertvolle Natrium zurückhalten und auch Wasser zurückhalten. Und der ganze Mensch lagert Wasser ein, was sich dann als Edeme zeigt, als Wassereinlagerungen zeigt. Und häufig sieht man das dann, dass eben die Bündchen sich abzeichnen von den Socken oder so. Oder Sie können auch mal mit dem Finger reindrücken. Wenn dann die Dulle bleibt auf dem Fußrücken, dann spricht man hier wirklich von Edemen. Es gibt natürlich noch x andere Ursachen für Edeme, von Hormonstörungen bis zur Venenschwäche. Aber es ist halt einfach bei der Herzschwäche ein Symptom, über das man Bescheid wissen muss, ein Frühwarnzeichen. Und das führt uns gleich zum Frühwarnzeichen Nummer 5. Und das ist nämlich die Gewichtszunahme aus unbekannten Gründen. Viele Menschen mit Herzschwäche bemerken, ich nehme über Nacht 2, 3, 4 Kilo auf der Waage zu. Oder 1, 2 Kilo und kriege das dann am nächsten Tag nicht mehr weg. Oder im Laufe des nächsten Tages geht das dann wieder weg, aber die nächste Nacht nehme ich das wieder zu. Es handelt sich natürlich hier nicht um Fetteinlagerung, sondern es handelt sich um die Wassereinlagerungen. Und das kann eben über Nacht kommen bei Herzschwäche, dass der Körper so viel Wasser speichert, dass es nicht mehr über die Niere den Körper verlässt. Und das ist eben ein großes, großes Frühwarnzeichen. Das heißt, wenn Sie darunter leiden, bitte unbedingt zum Arzt oder Ärztin und das abchecken lassen. Und das zweite Problem ist auch hiermit noch verbunden. Wenn dann die Wassereinlagerung in die Lunge zurückstaut, dann kann es ein Husten geben oder ein Keuchen. Also ein Husten mit oder ohne Auswurf. Also es gibt auch Husten mit weißem oder mit rosa gefärbten Auswurf. Und hier ist im Prinzip die Ursache, dass es einen Rückstau gibt in die Lunge. Also es gibt einen erhöhten Druck in die Lungenvenen. Und bei der Herzinsuffizienz ist das Herz dann nicht mehr in der Lage, das Blut effizient durch den Körper zu pumpen. Dieser Rückstau führt dann dazu, dass es diesen Rückstau wie so einen Autostau direkt in die Lunge dann reingibt. Und das hat dann mit den Lungen was zu tun und mit den Druckverhältnissen und so weiter. Und dann kann es eben hier zum Husten kommen bzw. zur Wassereinlagerung. Also es kann dann richtig Flüssigkeit tatsächlich in der Lunge auftreten. Man versucht es dann abzuhusten und deswegen kommen diese Symptome dann zustande. Es kann natürlich auch sein, dass diese Zustände dann die Atemwege reizen, was dann zu diesem Husten führt. Und diese Reizung kann dann dazu führen, dass dieser Husten dann tatsächlich auch oder dieses Sputum tatsächlich auch gefärbt ist, weiß oder eben rosa. Wir haben natürlich das große Problem, dass wenn wir dieses Problem haben, die Lunge nicht mehr richtig gut funktionieren kann. Und dass dann sich das Problem bis in die Lunge sozusagen zieht. Sprich, wir haben ja dieses Hochdrucksystem, das Blut wird ausgeschüttet in den Körper. Aber was ist jetzt eigentlich, wenn der lebensnotwendige Sauerstoffaustausch in der Lunge nicht mehr so richtig funktioniert? Wir kriegen dann eventuell sogar einen herzinsuffizienten Patienten, den wir mit Sauerstoff versorgen müssen. Wie wir jetzt gerade schon gehört haben, heißt Herzschwäche de facto Sauerstoffmangel. Und ein Organ ist natürlich ganz besonders auf Sauerstoff angewiesen und das ist das Gehirn. Und häufig ist es eben so, dass Menschen mit Herzschwäche dann erstmal auffallen, weil sie Konzentrationsschwierigkeiten haben oder weil sie verwirrt sind. Und das Umfeld denkt, oje, oje, jetzt kriegt er schon langsam Alzheimer, aber kein Mensch denkt an das Herz. Also das sollten Sie auch auf der Rechnung haben, wenn jetzt jemand in Richtung Konzentrationsprobleme geht und schon ein gewisses Alter erreicht hat. Oder vielleicht eine passende Vorgeschichte zum Herzen hat, haben Sie das im Hinterkopf, dass eben Herzschwäche auch Verwirrung und so weiter, Konzentrationsstörungen auslösen kann. Und noch ein zweiter Punkt ist wichtig. Wir reden bei den Wassereinlagerungen nicht nur über die Lunge und nicht nur über die Beine und Füße. Nein, diese Wassereinlagerung kann auch in den Bauchraum zurückstauen. Das bedeutet also Magenschmerzen können eventuell aufgrund dieser Wassereinlagerung kommen, Blähungen, Schmerzen im Bauchbereich und so weiter. Und wenn es ganz schlimm kommt, das sind dann aber keine Frühwarnzeichen mehr, sondern Spätstadien, dann kann es sogar zu Aszitis kommen, zur Bauchwassersucht. Sprich, dass sich das Bauchwasser oder dass das Wasser im Bauchraum sich ansammelt und dass wir dann von außen mit der Spritze kommen müssen und dieses Bauchwasser wieder punktieren müssen, damit die Organe entlastet sind. Und bleiben wir noch ein bisschen im Bauchraum, denn auch Symptome wie Appetitlosigkeit und Übelkeit können mit Herzschwäche zusammenhängen. Aber hier ist jetzt nicht die Ursache, dass viele Wasser, sondern hier kommt wieder die schlechte Durchblutung ins Spiel. Also bei schlechter Durchblutung der Verdauungsorgane können wir wirklich tatsächlich beim Herzpatienten beobachten, dass er weniger Appetit hat oder auch mit Übelkeit reagiert. Und lassen Sie uns noch über ein Symptom sprechen, das ist der typische Brustschmerz. Der tritt auf, wenn das Herz nicht genug Sauerstoff enthält und ist natürlich oft begleitet von einer koronaren Herzerkrankung, wenn die Gefäße also sich zusammenziehen und nicht mehr so viel Blut rankommt. Aber kann auch auftreten, eben begleitet von einer Herzschwäche, gerade dann, wenn man sich anstrengt, wenn die Auswurfleistung des Herzens nicht mehr so richtig funktioniert. Also haben Sie das bitte auch auf dem Bildschirm, immer wenn Sie sich anstrengen und Sie bekommen dann dieses Gefühl des Herzdrucks oder so, dass Sie das wirklich, wirklich abklären lassen und sich beim Kardiologen vorstellen. Bevor wir zur großen Frage kommen, was können wir tun, damit unser Herz möglichst lange gesund bleibt, hier noch einige Hinweise, wie man so eine Herzschwäche behandeln kann. Erstmals ganz wichtig, dass Sie frühzeitig zu den Routineuntersuchungen gehen oder wenn Sie solche Symptome haben, lassen Sie sich einfach beim Kardiologen abchecken. Dann ist es natürlich wichtig, dass wir eine gesunde Ernährung machen, salzarme Ernährung, um die Flüssigkeitsretention zu verhindern. Das heißt, wenn Sie also Bestkunde beim Metzger waren und dann plötzlich eine Herzschwäche bekommen, dann ist es nicht damit getan, dass Sie einfach herzstärkende Tabletten nehmen, sondern Sie müssen wirklich Ihre Ernährung umstellen. Vor allem natürlich auch runter vom Gewicht, regelmäßige Aktivität, Stärkung des Herzens natürlich durch Sport und so weiter. Sofort das Rauchen aufhören, sofort mit dem Alkohol aufhören. Also hier ist sehr, sehr viel Selbstmanagement von Nöten, damit man einfach mit dieser Erkrankung gut zurechtkommt. Immer wieder Gewicht kontrollieren, Symptome beobachten, Veränderungen erkennen, regelmäßig eben zu den Checks gehen. Dann haben Sie natürlich einige medizinische Verfahren, die hier helfen können, beispielsweise bei Herzrhythmusstörungen. Das kann ja auch mal eine vorübergehende Herzstörung oder Herzschwäche machen, wenn Sie unter Rhythmusstörungen leiden. Wenn das Herz zu langsam schlägt, dann funktioniert es zwar mit seiner Auswurfleistung, aber die Auswurfleistung reicht halt nicht, weil es zu wenig häufig auswirft. Das heißt, hier kann natürlich mal ein Herzschrittmacher helfen. Wir haben dann natürlich auch schon besondere Möglichkeiten, die Herzkammer zu unterstützen. Da gibt es ganz moderne Geräte, dann in schweren Fällen natürlich auch Herztransplantation oder solche Dinge. Aber die meisten Menschen werden dann Medikamente brauchen, einen Beta-Blocker beispielsweise, ACE-Hämmer, all diese Dinge, die den Blutdruck behandeln. Viele mit Herzschwäche brauchen dann die Wassertabletten, damit wir das Wasser eben wieder rausbekommen aus dem Gewebe. Und, ja, Klassiker, natürlich Digitalis-Präparate oder Strophantin, Aldosteron-Antagonisten. Also, wir können medikamentös hier das Leben natürlich leichter machen und deutlich verlängern. Es gibt bestimmte Untersuchungen, beispielsweise ein Ruhe-EKG, ein Belastungs-EKG, Myokard-Synthiographie, all diese Dinge, Magnetresonanz. Aber da wird sich der Kardiologe, der entsprechende, dann aufklären, wie man sowas macht. Viel wichtiger für uns ist jetzt hier, was können wir tun, damit wir die Herzschwäche verhindern. Was muss man also tun, damit man die Herzschwäche verhindert? Natürlich gesunde Ernährung und viele Menschen denken, sie machen eine gesunde Ernährung, weil sie ein bisschen Salat essen. Nein, es geht um viele Portionen Gemüse, viele Portionen Obst, Vollkornprodukte. Man weiß es doch am Ende des Tages, viele Omega-3-Fettsäuren und so weiter. Und eine Diätform, eine Ernährungsform, die hilft Ihnen hier ganz besonders. Das ist die mediterrane Ernährung. Diese mediterrane Ernährung ist wissenschaftlich einmal so gut untersucht, dass man sagen kann, jawohl, hier kommt es zu einer deutlichen Reduktion von Herz-Kreislauf-Ereignissen, wenn man so eine Ernährung durchführt. Das ist übrigens auch die Ernährung, die ich persönlich mache. Dann natürlich regelmäßige körperliche Aktivität. Bedeutet zwei bis drei Stunden Bewegung pro Woche. Also Aerobeaktivität, so dass man sich dabei noch unterhalten kann. Wenn Sie also nicht rausgehen möchten und im Winter, ich persönlich mache das mit einem Laufband, vielmehr mit einem Gehband, also wenn ich hier meine Praxistermine wahrnehme, meine Telefontermine, dann gehe ich in der Zeit auf meinem Gehband. Und dann müssen wir natürlich noch das Übergewicht kontrollieren. Fettleibigkeit, wissen wir, erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wie können Sie gesund Gewicht abnehmen? Mit der mediterranen Ernährung, mit dieser mediterranen Diät, da funktioniert es. Es ist nicht die Methode, wo wir am schnellsten abnehmen. Das möchte ich wirklich betonen, weil viele sagen, ja die Ergebnisse, was soll das? Es ist eine sehr, sehr gesunde Möglichkeit, wie Sie eben Ihren HDL-Spiegel, das gesunde Cholesterin nach oben geben, den LDL-Spiegel senken und so einfach die Ernährung Richtung herzschützende Medikamente verändern. Und dann ganz klarer Fall, Rauchen muss sofort aufgehört werden, ebenso wie der Alkoholkonsum. Es steht immer Alkoholkonsum einschränken. Ich würde sagen, Alkoholkonsum sofort stoppen. Und wir müssen auch noch zwei, drei Dinge kontrollieren, nämlich der Blutdruck muss regelmäßig kontrolliert werden. Der Blutdruck muss in den Griff bekommen werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Regelmäßig Überwachung, das sind auch Sie selbst gefragt, ebenso wie bei der Diabeteskontrolle. Immer wieder ein bis zweimal pro Jahr schauen, habe ich einen guten HbA1c-Wert, also habe ich einen guten Langzeitblutzuckerwert, bin ich in irgendeiner Art und Weise gefährdet. Und dann können Sie schon früher gegensteuern, nicht erst warten, bis der Arzt oder die Ärztin sagt, so jetzt haben wir Diabetes, jetzt müssen wir was unternehmen. Nein, schon vorher muss man den Prädiabetes erkennen und dann eine gute Blutzuckerkontrolle machen. Dann natürlich auch die Cholesterinkontrolle gehört natürlich absolut mit dazu. Braucht man nicht mehr groß rumzudiskutieren. Wenn das Herz schon einen Schaden hat, dann ist es ja eigentlich zu spät, sondern im Vorfeld muss das alles kontrolliert werden. Und dann brauchen wir noch ein wirklich gesundes Stressmanagement. Zu viel Stress schadet dem Herzen, das wissen wir alle sehr, sehr gut. Ansonsten kann ich Ihnen nur empfehlen, nehmen Sie die ärztlichen Kontrollen wahr. Die sind nicht umsonst. Schauen Sie, dass Sie diese Risikofaktoren einfach eindämmen. Und es ist immer leichter, im Vorfeld was zu tun, als dass ich dann dem Problem hinterherrenne. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte teilen Sie es gern mit Ihren Verwandten, Bekannten, Freunden und mit Ihren Liebsten. Danke an die Kanalmitglieder, die diesen Kanal so gut unterstützen. Wir sehen uns beim nächsten Live. Und ich freue mich, wenn Sie den Kanal abonnieren und einfach die nächsten Videos anschauen. Danke fürs Zuschauen und bis bald.